Hey YouTube und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Batman Arkham Origins. Ich weiß, hier sind wir... Oh no. Wir sind bei der Wohlstehen geblieben, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wo sind denn meine komigen... Ach egal. What? Sieht aus, als wärst du derjenige, der erschossen wird. Oh. Die Dummen werden nicht weniger. Äh... Hä? Ferngesteuerter Batarang. No. Das wollte ich nicht. So. Fuck. Wie soll ich das denn jetzt lösen? Das Teil sieht mich doch nicht, oder? Okay. Ich gehe jetzt einfach hier... Oh lol. Wie soll denn das klappen? Da ist doch eine scheiß Tür. Kann ich da durch? Oder kann ich hier hoch? Ne. Hä? Wie soll ich das denn machen? Moment. Oh. Das Teil ist hier am... Okay. Das ist es schon mal nicht. Okay. Wie mache ich das denn? Jetzt vernünftig und intelligent. Okay. Wenn ich dort weitergehe, erschießt mich das Teil. Hä? Wie soll das denn gehen? Ich weiß wie. So. Äußerst bedauernswert. Für dich meine ich. Für mich ist das die reinste Unterhaltung. Du bist da zufrieden. Erschießt mich das Teil jetzt wieder. No. Okay. Halten. Aufladen. Komm her. Zack. Oh. Verdammt. So. Okay. Dem habe ich eine mitgegeben. Ey. Lol. Lol. Fuck. Fuck. Kommt her. So. Jetzt aber. Du auch. Und du. Und du. Und. Scheiße. Wo sind denn die anderen? Hallo? Komm her. Oh. No. Konter. Und Smack Joe. Boah. Junge. 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 Halt doch die Backen. Jokey. 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 Okay. Da ist irgendetwas am leuchten. Doch warum leuchtet das hier? Ach egal. Okay. Wo lang jetzt? Ich muss diesen Lüftungsschacht hinaufkommen. Hm. Und nun? 6-2-Rent. Hat Blackness schon geantwortet? Negativ. Kein Ton von ihm. Leider ins Gebäude gegangen ist. Nicht kein Ferrier ohne Steak. Der kann uns ignorieren. Was ist mit Gordon? Wir haben ihn zu einem Einruf. Aus meinem alten Freizeitpark geschickt. Aber er geht nicht an Wicki. Wählen Sachen sind gecheckt. Verdammt. Ich bin gleich da. Komm her. So. Oh no. No, 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 no. Okay. Puh. Ich hatte keinen Bock da jetzt nochmal, als wie lang zu laufen. Und das wäre mir fast wieder passiert. Warum falle ich da immer fast jedes Mal runter? So. Ausmachen die Sche... Ah, okay. Okay. Ich bin hier schon mal auf dem richtigen Weg. So wie es aussieht. Äh, und nun? Aha. Komm, macht das auf. Macht auf. Okay. Geht drin. So. Tschüss. Bin ich denn hier richtig oder da? Okay, hier komme ich nicht hinter. Soll ich so bestialisch sein? Äh, Moment mal. Das geht 100 pro. Ne, das geht nicht? Krass. Okay, egal. Was gibt's denn hier so? Achso, hier hätt ich auch lang gekonnt, oder wie? Hä? Oh, oh. Okay. Ah, so. Alles klar. No. Äh, herunterklettern. Wie komme ich denn hier runter? Okay. Bloß nicht hochklettern. Alles klar. Puh. Und nun? Geht das hier runter? Danke. Geht doch. Alles klar. Es läuft doch wie geschmiert. Es läuft doch wie geschmiert. Leulahi, leulaho. Und nun? Okay. Das sieht doch hier alles wunderbar aus. Ein bisschen Schnee hier drin. Ein bisschen Eis. Westturm. 25. Stock. Äh? Äh? Äh, okay. Was? Zwei Gegner, zwei unbewaffnet. Unglaublich. Mit diesem Penthouse haben sie sich selbst übertroffen. Das Wart hat drei verschiedene Sorten Seife. Ich meine, wer hat Zeit für so viel Hygiene? Ich springe meistens nur in einer Wandersäure und lass es gut sein. Komm her. Oh, fuck. Oh, no. Ich muss die voll verprügeln. Komm her. Du musst dein Messer verlieren. So, wie jetzt? Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Oh, jetzt hat der es schon wieder aufgenommen. Komm doch. Hör doch auf damit. Ja, genau. Komm doch. Oh, lecko mio, ey. So. Okay. Äh, und nun? Gehen wir mal weiter. Was ist das da? Wer bist du denn? Okay. Gibt es denn hier? Gibt es denn hier? Was ist das denn in der Luft hier? Okay. Nothing. Jokers. Was? Ach, ich kann es nicht lesen. Kann ich lesen wirklich? Was ist das? Was zum Teufel. Ich weiß, es ist ein bisschen viel. Was soll ich sagen? Ich bin manchmal ein bisschen zwanghaft. Hm. Okay. Oh. Oh. Und nun? Alles klar. Oh. Da unten sind hier Gegner. Sehe ich gerade. So. Mahlzeit, Leute. Kommt. So. Du jetzt auch. Du jetzt auch. Du jetzt auch. So. Komm her. Oh. Das ist eine super Runde bisher. Oh oh. So. Oh, Junge. No. Der hat mir alles kaputt gemacht. Kommt. Zwei auf einmal. Mal. Oh, Fetti. Okay. Jetzt du. Und jetzt schon wieder der Dicke. Okay. Der Dicke wurde genockoutet. Oh Mann. Scheiße. Jetzt habt ihr mich wirklich gemacht. Und jetzt seid ihr dran. Oh oh. Oh. Lecko mio. Äh. Einer weniger. Und nun? Ich verstehe das nicht. Ich habe einen tollen Deal für einen stillgeleckten Eiszeitpark gemacht. Du hättest das Musik des Sparklers sehen sollen, als wir ihn mit Anschlag besiegelt haben. Hm. What? Oh. Okay. Und nun? Was ist das für eine Scheiße hier? Wirf doch ab. Hä? Ich verstehe es nicht. Geht doch. Und was heißt das jetzt? Ah. Ich sehe es. 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 Komm her. Äh. Und nun? Passiert mir jetzt nichts oder was? Was? Doch. Ich bin tot. Hä? Was hätt ich denn machen müssen? Wahrscheinlich Ohrmengler. Ne. Noch nicht. Halt die Backen. Äh. Labernit Jockey. Honky. Ich nenne ihn jetzt Honky. Honky Monky. Wo ich das alles herhabe, fragst du? Ich habe einen tollen Deal für ein Schnellgericht. Mein Seidbar gemacht. Du hättest das Gesicht des Waglers sehen sollen, als wir ihn mit Anschlag versiegelt haben. Okay. Aber ich verstehe immer noch nicht, was ich hier tun soll. Es sei denn, ich musste auf die gegenüberliegende Seite. Ja. Nö. Da oben. Okay. Ähm. Wo war es? Wo war es? Wo war es? Da. So. Spreng it up. Spreng it up. Spreng it up. Äh. Muss ich das jetzt hier auch hacken, oder was? Sicherheitsstufe? Was? Fünf? Klopf. Klopf. Frisch. Was zum Teufel? Masken. Masken. Klopf. Maskenball. Auch nicht. Boah, ich habe keine Zeit mehr. E-c-s. Elektrisch. Elektrisch. Ist es auch nicht. Was soll es denn sonst sein? Klopf. Frisch. Klopfball. Klopfball. Masken. Klopf. Klopf. Hä? Elektrisch. Willst du mich verarschen, Joker? Nein. Joker. Ey. Dumme Betz ist tot. Welcher Betz? Der dumme Betz. Ding Dong. Der dumme... Ich mag das Lied. Ich weiß nicht warum. Der Junge ist so verrückt. Aber das ergibt keinen Sinn für mich. Wie soll ich das denn? Halt die Backen. Moment mal. Oh, fuck. 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 Oh, lecko mio. Jetzt werfe ich auch noch daneben, oder was? Hä? Achso. Jetzt. Geht doch. Äh, da. Komm. Baller drauf los. So, jetzt. Direkt weiter. Hüpf rüber. Verdammt nochmal. Hüpf doch rüber. Hä? Scheiße. Das war knapp. Das war knapp. Das war... Hüpf. So. Ey, wie soll denn das gehen? Ich hab nicht mal die Ahnung, ob es richtig ist, was ich hier tue. Okay, es ist auf jeden Fall richtig. So. Krypto... Krypto... Kryptografischer Sequenzer. Elektrisch. Wie abgelehnt. Es gibt doch... Masketisch. Klopfrisch. Klopf, 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 klopf. Es war's, klopf, klopf. Okay. 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 Eigentlich sollte ich euch hier unten leiden lassen. Hätte ich gewusst, dass ihr... Ach, warum rette ich euch eigentlich überhaupt? Eyal. Warum kann ich hier hoch? Achso. Nee, kann ich gar nicht. Okay. Äh, YouTube. Ich würde sagen... Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.